Der erste Patch für Cyberpunk 2077 ist draußen und das Spiel ist noch nicht mal erschienen. Und laut CD Projekt Red, und ich zitiere, ist dieses Spiel jetzt ein anderes Spiel. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Nardfrag. Hier auf dem zweiten Kanal gibt es ungeschnittene Videos auch zu Cyberpunk 2077. Ich habe noch einen Hauptkanal, da gibt es etwas längere, ausführlichere Videos. Hier werden mehr so kleine Themen behandelt, wie zum Beispiel eben dieser Patch oder einfach kleine Feinheiten. Würde ich mich ja auch freuen, wenn ihr hier gerne mit einem Abo mit dabei bleibt. Gehen wir mal direkt in die Materie hier rein. Der liebe Herr Döhler, er ist mittlerweile ein Internet-Meme geworden, Mitarbeiter von CD Projekt Red. Und er erzählt ein bisschen was zum aktuellen Patch. Und er sagt tatsächlich, dass der aktuelle Patch jetzt für Konsolen, nicht für den PC, ein wirklich anderes Spiel geworden ist. Absolut krass. Wir haben ja jetzt die ersten Reviews zu Cyberpunk 2077 gesehen. Und viele sind 10 von 10 super geil. Aber auf den Konsolen läuft es wohl nicht so gut wie auf dem PC. Auf einem Bestien-PC tatsächlich mit einer 3080 und, und, und. Kannst du natürlich einiges an Performance raushauen. Und er sagt ja tatsächlich, auf den Konsolen ist es jetzt ein anderes Spiel. Auch übrigens kleine Warnung an alle Epileptiker. Ihr müsst aufpassen mit Cyberpunk 2077. Denn tatsächlich gibt es wohl Passagen, die einen epileptischen Anfall sogar triggern können. Das Ganze fördern ist auch zu erwarten bei einem Game. Überall Neonlichter, überall Reklame. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, das sagt der Fabian, der Fabian hier dazu, zum Thema Patch. Jetzt gucken wir einfach mal rein, was ist denn tatsächlich gepatcht worden? Was ist denn hier überhaupt passiert? Ja, und wir sehen es hier in den Patch Nodes auf Twisted Voxel. Wir haben drei Dinge, die gepatcht wurden. Stability Improvements. Ja, also es läuft stabiler. Stürzt nicht mehr so viel ab und so weiter. Performance Improvements. Das kann sowas sein wie mehr FPS, besser optimiert und so weiter. Und eben Gameplay Issues. Da gab es wohl einige Bugs, Glitches und so weiter. Irgendwelche Dinge, die einfach mal Progress verhindert haben. Das wurde jetzt gefixt. Also ich finde die These vom Döler da tatsächlich etwas weit hergeholt. Das ist ein anderes Spiel. Vermutlich eher nicht. Aber es ist gut spielbar oder besser spielbar. Und das ist wirklich... Also da muss ich sagen, es ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, dass das in so kurzer Zeit geklappt hat. Hätte ich nicht erwartet. Das ist nicht der Day One Patch. Das ist ein darüber hinausgehender erster Patch. Patch 1.02. Aber man muss auch sagen, CD Projekt Red ist einfach in der Bringschuld. Sie haben uns mit der Erwartungshaltung versehen quasi. Das beste Spiel aller Zeiten wird jetzt auf uns zukommen. Und dementsprechend muss es natürlich auch das beste Spiel aller Zeiten sein. Ansonsten wird das Ganze wahrscheinlich relativ floppen. Aber die Reviews, die sind ja schon recht positiv. Also viele geben eine 90er Wertung. Sogar die GameStar gibt eine 91er Wertung. Und die geben ja meistens sehr, sehr schlechte Bewertungen. Allerdings sind wir es von der GameStar auch gewöhnt, dass sie immer so die Bewertungen vergeben, wie eben die aktuelle Meinung ist. Also wird ein Spiel gehypt dann eher gut, wird ein Spiel nicht so gehypt, dann wird es eher schlecht. Also das wird da immer aufgegriffen. Und das sieht man bei der internationalen Presse dann meistens eher anders. Und die Bewertungen reichen derzeit von 60% bis 100%. Viele vergeben 10 von 10 Punkten, sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und ich kann überhaupt nicht mehr abwarten, dieses Spiel zu spielen. Ich freue mich unglaublich darauf. Geht die Reise gerne gemeinsam hier mit mir, wie gesagt, auf dem zweiten Kanal. Gerne natürlich auch auf dem Hauptkanal, wenn ihr möchtet. Da gibt es dann die besseren Videos. Hier gibt es die kurz- und knackigen, wichtigen, kleinen Sachen. Wie zum Beispiel eben dieses erste Update. Was haltet ihr davon? Schon ein Patch vor Release des Spiels war scheinbar nötig. Ubisoft kann sich davon mal eine Scheibe abschneiden. Und allerdings gab es sowas bei Ubisoft tatsächlich auch. Also es gab zum Beispiel einen riesigen Bug bei Valhalla. Da hast du nur noch 3 FPS gefühlt gehabt vor Release des Spiels. Das haben wir dann gemeldet. Und ein paar Tage später kam der Fix. Also, weiß ich nicht. Ist zu erwarten. Coole Sache. Wollte ich euch mitgeben. Das ist Patch 1.02. Ihr wisst mehr. Dann sage ich mal, bis später. Euer Peter. Und natürlich solltet ihr noch wissen, dass der Patch auf verschiedenen Systemen anders heißt. Für mich ist es 1.02, weil das glaube ich der PC und PS5 Version eben so entsprechend benennt wird. Das war es an der Stelle. Ich bin weg. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr im Stream. Letzter Valhalla-Stream for Cyberpunk auf twitch.tv slash frankenart. Wird dann nochmal abgeräumt mit dem neuen Valhalla-Set. Bin sehr gespannt. Wird ziemlich feurig-fruchtig. Ich freue mich auf euch. Und mein Hals ist übrigens etwas besser. Ihr seht es vielleicht. Gestern war mein Hals, sag ich ungefähr so raus. Ich konnte meinen Kopf nicht gerade machen. Heute immer noch nicht ganz gerade. Aber fast gerade. Es wird immer besser. Vielleicht ist es morgen ganz weg. Ich glaube nicht. Aber ja. Bis später. Euer Peter. Und natürlich die Glocke hier aktivieren. Wisst ihr ja auch. Ciao Leute. Äh. Tschüss.